. 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 Ich bin nicht zu dir gegangen, Lukas. Du bist froh, es bedrückt dich nicht. Warum nicht? Du musst deine Schwester heiraten. Du bist ja schon zu strafgen. Das macht doch nur so gut. Nein, du musst dort nicht. Ich habe den Vertrag nicht angesetzt. Du musst dort am Samstag wieder vor mir gesucht. Ich habe das nicht ausgetaucht. Nein, ich meine meine eigene Meinung. Nein, ich habe es nicht ausgetaucht.